Was ist die Finanzströme? Es war eine europäische Geschichte. Es wäre unmöglich, wie die Finanzströme aus London und Frankfurt, die große Banken und die Begriffe, wie sie den Denmark und andere Länder haben, ohne sie zu kooperieren. Wir mussten wirklich, zu kooperieren, um das zu tun. Finanzströme enden eben nicht an der Grenze, sondern die marschieren da fleißig und frei rüber. Und weil ich dem Geld folge, muss ich dann dementsprechend auch Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort aufnehmen. Wir wissen, es gab eine Bande, eine Gruppe von Leuten, die haben komplett Europa ausgeraubt. Dann haben wir festgestellt, die nationalen Staatsanwälte, die nationalen Steuerbehörden haben nicht zusammengearbeitet. Also ist da so ein Ungleichgewicht. Und jetzt schließen wir Journalisten uns aus Europa zusammen und tauschen uns untereinander aus. Und plötzlich haben wir ein besseres Bild, als es jeder einzelne Staatsanwalt hat. Der Vorteil ist, oder warum es dringend nötig ist, dass wir kooperieren. Es ist nicht nur ein Vorteil, es ist dringend notwendig, dass wir kooperieren. Weil ich dann die Chance habe, mit Kollegen aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten, die dort Kontakte haben, die dort Quellen haben, die wissen, wie das Rechtssystem dort funktioniert. Alles Dinge, die ich zum Beispiel über Frankreich oder Spanien, aber auch die Niederländer, gar nicht weiß. Was ich mir erst erarbeiten müsste, was sehr, sehr mühsam wäre. Ich kann nicht in Spanien irgendwelche finanzielle Geschäfte recherchieren. Da fehlen mir die Kontakte, ich spreche die Sprache nicht. Das geht gar nicht. Also die Recherche, die wir hier auf die Beine stellen, die wäre einfach nicht möglich, wenn man so eine europäische Kooperation nicht hätte. Die Vorteile sind, dass man klar, zu einerseits, dass man klar arbeitsteilig vorgehen kann, dass jeder das macht und sich jeder auf das konzentrieren kann, wofür er tatsächlich der Spezialist ist. In erster Linie jeder mal für sein Land natürlich, aber dann auch für verschiedene Aspekte, die zum Beispiel bestimmte Banken, bestimmte Wirtschaftsprüfungskanzleien betreffen, die auch grenzüberschreitend tätig sind und vielleicht auch, in diesem Fall, grenzüberschreitend tätig waren. Vier Augen sehen immer mehr als nur zwei. Das multipliert das von allen Partnern, die in diesem Projekt sind. Das ist sehr hilfreich.